happy birthday to you happy birthday an alle leute die heute geburtstag haben und ich spiele heute mal wieder free fire mix ich weiß nur noch nicht genau was könnte mal wieder großkopf spielen wir nehmen großkopf viel spaß ok und die erste runde geht los großkopf big cat dahinten liegt doch was ok dann rennt ihr da hin dann renne ich da hinten hin gut schauen wir mal zehn minuten geht die runde ok schon einer verletzt wie das denn hier wird schon eine erschossen von uns nee die liste steht noch bei jenen auf null also hier oben sind noch alle auf platz eins das wort er nicht erschossen wie ist er gestorben oder hat das spiel abgebrochen meine maus meine maus ich brauche eine neue maus hier ich 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 Das war's für heute. hmmm einer von mir ja von meinem team ja ich muss sie weg ich 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 sie ich 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 Ja, also hier ist auch schon mal nichts. Wir sind auf Platz 2. Zur Zeit sind wir noch auf Platz 2. Wir sind 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 auf Platz 2. Unser Team ist auf Platz 1. Wir sind auf Platz 2. 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 ausgewechselt weiß ich auch nicht einmal gestorben fällt mir gerade so ein schläger da war die schrottflinte mit den level rang 2 das ist doch viel besser ja scharfschutzgewehr komm herr so let's go sind auch schon alle unterwegs haben aber wilde bleiben der eine ist so im afk so wie es aussieht also das heißt wir haben schlechte karten, ah ne der bewegt sich ja doch ok die wollen in der fabrik reinrennen ich habe die pfanne ich kann was kochen level 3 waffe ist doch die karte ich auch habe also also es ist Das war's. Hallo, wo seid ihr? Ich höre hier Leute schießen, aber ich sehe keine. Ich höre hier. 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 Ich höre hier.